Hallo, mein Name ist Steffi Kriegerstein und diese Woche bei der DKV Challenge stehen Liegestütze auf dem Plan. Für die etwas jüngeren heißt das 800 die Woche und für die etwas älteren 1000 Stück. Und ja, ich habe mich entschlossen, da mal mitzumachen und würde euch ein paar zeigen. Wichtig dabei, immer schön Kinder auf die Matte. Viel Spaß!